Ich bin die Sophie, habe an der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung in Stuttgart Werbung und Marktkommunikation studiert und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem ganzen Studiengang. Hat auch relativ Spaß gemacht. Es ist ziemlich viel Theorie, aber wird mit ganz viel Praxis abgewechselt, sodass man immer mal wieder beides drin hat. Ja, konkret war mein Bachelor-Arbeitsthema eigentlich, wie wirkt Musik auf Menschen oder auf Rezipienten, die sich Werbung anschauen. Und in diesem Forschungsfeld war einfach zu sehen, dass es einfach echt wenige Antworten darauf gibt, sehr viele offene Fragen, weil da einfach sehr wenig geforscht wird. Und dieser Sache wollte ich einfach auf den Grund gehen. Und ja, dann habe ich mich durch das Einlesen immer weiter darauf konzentriert, wohin ich eigentlich mit meiner Bachelor-Arbeit gehen möchte. Die Bachelor-Betreuung lief bei mir sehr gut. Ich war sehr, sehr zufrieden. Und ja, es lief einfach alles perfekt, könnte man schon so sagen. Es war echt ein reger Austausch da. Wir haben hin und her geschrieben, uns persönlich getroffen und miteinander geredet. Es waren auch viele Hilfestellungen da, die mir dann am Ende wirklich weitergeholfen haben. Und Augen auf bei der Professorwahl. Viel bin ich vorgegangen. Ich habe zunächst einmal mit der Literaturrecherche angefangen, mich ein bisschen eingelesen und geschaut, welche Bücher ich überhaupt benutzen kann, welche wegfallen, in welchen Themenbereich ich noch näher eingehen muss. Und habe dann irgendwann letztendlich angefangen zu schreiben. Viel überarbeitet, viel gestrichen. Also es ist auf jeden Fall jede Menge Arbeit, die man nicht unterschätzen sollte.